Herzlichen Dank, Cem, für diesen Streifzug, den großen Vogelflug über 50 Jahre türkischer Immigration nach Deutschland und es ist eben doch etwas Besonderes, wenn du dazu sprichst und ich glaube, das gilt jetzt auch für die anderen Teilnehmerinnen hier auf dem Podium, weil es eben doch einen Unterschied macht, ob man diese Realität aus Büchern oder aus der distanzierten Beobachtung kennt oder ob man sie erlebt hat. Und dann reflektiert, sagen wir aus eigener Erfahrung reflektiert. Das ist nochmal ein ganz anderer Zugang. Ich möchte kurz die weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorstellen und weil wir auf dieser Konferenz ja auch einen starken biografischen Zugang haben, will ich jetzt nicht nur Namen und Profession nennen. Ich beginne mit meiner Nachbarin, Dr. Lala Akün, in Istanbul geboren, kam mit neun Jahren nach Deutschland, hat hier Medizin und Psychologie studiert, später auch noch eine psychotherapeutische Ausbildung drauf gesattelt, hat zunächst im Bereich der Jugendhilfe in der Stadtverwaltung Köln gearbeitet, wurde 1980 deutsche Staatsbürgerin, ist 1982 zur SPD gegangen, also in die SPD eingetreten. Von 1997 bis 2002 baute sie das Landeszentrum für Zuwanderung in Nordrhein-Westfalen auf, das sie auch geleitet hat, kandidierte dann für den Bundestag, war von 2002 bis 2009 Abgeordnete und arbeitet jetzt in der Staatskanzlei in Nordrhein-Westfalen bei der Ministerin für Bundesangelegenheiten Europa und Medien. In diesen Tagen, ich weiß nicht, ob es schon draußen ist, erscheint ihr neuestes Buch, Kebab Weihnacht. Herzlich Willkommen. Ist raus. Ist raus. Also kleiner Werbeblock. Frau Maria Böhmer, kennen Sie sicherlich alle in ihrer aktuellen Funktion, nicht mehr ganz neu, seit 2005 schon Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration. Studierte Mathematik, Physik, Politik, Wissenschaft und Pädagogik, hat auch in Pädagogik habilitiert. Sie war zunächst Landesfrauenbeauftragte in Rheinland-Pfalz. Das war, glaube ich, ihre erste politische Funktion. Zog da 1990 für die CDU und den Bundestag ein, war von 2000 bis 2005 stellvertretender Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Fraktion und wurde 2009 in ihrem Amt als Staatsministerin bestätigt. Herzlich Willkommen. Und last not least, Kenan Kulat dürfte zumindest den Berlinerinnen und Berlinern auch allen ein Begriff sein, omnipräsent in migrationspolitischen Debatten und Themen. Er ist geboren in Istanbul, er ist Geschäftsführer des türkischen Bundes in Berlin-Brandenburg, den er 1989 mitbegründet hat, ist außerdem ehrenamtlich Bundesvorsitzender der türkischen Gemeinde in Deutschland, hat ursprünglich Schiffstechnik studiert und zwar zunächst in Istanbul und hat dann hier sein Diplom in Seeverkehrstechnologie an der TU Berlin abgelegt, hat als Sozialarbeiter gearbeitet, publiziert viel. Eine seiner letzten Publikationen heißt Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit und ist auch nicht zum ersten Mal Gast in der Böll-Stiftung. Herzlich Willkommen, Kenan. Ich würde gerne möglichst schnell in ein lebendiges Gespräch untereinander eintreten und hoffe, dass wir auch noch Gelegenheit haben, das Publikum zu Wort kommen zu lassen. Also möglichst jetzt keine referatartigen Beiträge mit Bilanz von 50 Jahren. Ich würde gerne beginnen mit einer Frage, die sich mir aufgedrängt hat, schon bei unserer ersten Runde, dieser biografischen Runde. Da ist eigentlich von fast allen, die sich zu Wort gemeldet haben, gesagt worden, sie empfinden, dass es in der Integrationsdebatte und in der Integrationspolitik seit einigen Jahren einen Rückschritt gibt. Kasimir Erdogan, der Initiator der türkischen Väterrunde in Neukölln und von ungefähr tausend anderen Projekten, hat davon gesprochen, dass Integration inzwischen für ihn zu einem Schimpfwort geworden ist, zu einem diskriminierenden Sankbegriff. Und Sima Peuras, die Filmemacherin, Schauspielerin, die hier im Publikum sitzt, sagte nach 50 Jahren in Deutschland und eigentlich könnte man ja sagen, nach einer ganz erfolgreichen Geschichte in Deutschland, werde ich immer türkischer. Und zwar als eine psychologische Reaktion auf Zurückweisung, die immer wieder und immer noch spürbar ist und auf Diskriminierungserfahrungen. Ich meine, wie ist Ihre Bilanz? Teilen Sie diese These vom Rückschritt? Und was können wir tun, um das zu wenden? Oder sind Sie der Auffassung, dass unterm Strich das doch eigentlich eine ganz erfolgreiche Angelegenheit war, gemessen an den Ausgangsbedingungen, die ja denkbar schwierig waren, weil im Grunde weder die Einwanderer noch die deutsche Gesellschaft und Politik auf das vorbereitet waren, was dann gekommen ist? Wollen Sie anfangen, Lale? Ja, es kommt darauf an, wie ich die 50 Jahre sehe, sehe ich sie als Teil meines Lebens. Ich bin ja 1961 gekommen, das heißt, ich bin fast Gesamtzeitzeuge in dieser Einwanderung. 1962 bin ich gekommen, 1961, also 49 Jahre. Sehe ich diese Zeit als mein Leben, was ich hier verbracht habe? Oder sehe ich es soziologisch aus einer etwas höheren Ebene? Wenn ich es von einer höheren Ebene aus betrachte, muss ich sagen, ich denke nicht, dass es ein Rollback gibt, dass es schlechter ist, sondern wir streben mit sieben Meilenstiefeln auf eine Normalitätchen. Und Normalität heißt eben auch, dass man Konflikte hat, aneinander gerät, dass man immer wieder Dinge neu justieren muss, wobei die Welt ja auch sich in den letzten 50 Jahren immer schneller gedreht hat, immer mehr globalisiert hat. Also all diese Veränderungen, die auf uns einwirken und diese Gesellschaft verändern. Und die Gesellschaft verändert sich auch. Ich glaube, dass insgesamt die 50 Jahre eine Erfolgsgeschichte sind, wobei 50 Jahre nichts sind. Wenn man nämlich guckt, wie lange eigentlich Einwanderungen dauern, wie lange man braucht, damit die Gesellschaft zusammenwächst. Da braucht man schon mehr als 50 Jahre. 50 Jahre sind eigentlich nichts dafür, denke ich, hat sich die Gesellschaft gut zusammengefunden und hat sich gut zusammengeschlossen. Es wird immer besser. Es geht auch nicht ohne Reibung. Zu dem Wort Integration. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich dieses Wort inzwischen vielen aus dem Hals hängt, weil es immer wieder rausgeholt wird, wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Integrationskreis. Also dieser Begriff geistert durch die Debatte und jeder weiß dazu was zu sagen und eigentlich weiß keiner, was das bedeutet. Ich glaube, das ist auch ein der ganzen großen Probleme Deutschlands, dass Deutschland bis heute nicht weiß, wie es das Wort Integration mit Leben füllen soll. Das ist ein Problem. Und deswegen glaube ich, ist es so, dass den meisten Einwandern das Wort wirklich aus dem Hals hängt. Wenn du mich persönlich fragst, wie das ist für mich persönlich, mein Leben hier, wie es sich entwickelt hat, dann denke ich, ist es natürlich so, dass man immer in diesem Spannungsfeld ist, zwischen dazugehören und doch draußen zu sein. Das Spannungsfeld ist immer da. Man gehört dazu und man gehört doch nicht dazu. Ich kriege Fragen gestellt auf meine alten Tage nach 50 Jahren in Deutschland. Also diese Frage würde ich eigentlich einem Touristen am Flughafen von Frankfurt nicht stellen. Ich würde ihn nicht fragen, wie gefällt Ihnen Deutschland. Weil ich denke, lass ihm noch ein bisschen Zeit, damit er sich mal umgutelt. Also lächerlich, nicht? Also lächerliche Fragen, dass ich denke, wovon redet der eigentlich? Ist das an ihm vorbeigegangen? Also in der Persönlichkeit glaube ich, dass man immer wieder kleine Kämpfchen durchleben muss und das gilt für die, die hier geboren sind, genauso wie die eingewandert sind, dass man permanent sich erklären muss, dass man permanent immer wieder Dinge gerade rücken muss. Es ist anstrengender als für einen Auchtochton. Übrigens die Idee, einen Wettbewerb zu machen, um ein neues Wort zu finden. Das kann man machen, finde ich spannend. Auf der anderen Seite, wir müssen auch schon dadurch hinweg sein. Wir sollten aufhören, nach neuen Worten zu suchen, mit Migrationshintergrund, Vordergrund. Auchtochton, Allochton, ich benutze die auch. Das sind Krücken. Das sind im Prinzip Krücken, um über die Wirklichkeit hinwegzukommen. Wir müssen eigentlich republikanischer werden und sagen, wir sind eine deutsche Gesellschaft, wir leben hier, eine europäische Gesellschaft und wir haben alle unsere Biografien mit unseren persönlichen, ethnischen, religiösen, was auch immer für Hintergründen. Aber dafür braucht es noch, glaube ich, noch ein bisschen an Zeit. Vielen Dank. Kenan? Alles ist gesagt worden. Nur nicht mit Ihnen. Ja genau. Karl Valentin hat das gesagt. Nicht genau. Ich sage, ich bin ein Mensch mit türkischer Hardware und deutscher Software. Und unser Problem ist in der Regel, diese Hardware und Software zusammenzubringen. Wenn das in der Regel nicht passt, dann haben wir Probleme. Wenn es passt, dann haben wir weniger Probleme. Und diese Debatte ist diese eigentliche Debatte, weil ich vom Beruf auch Ingenieur bin. Ich habe auch eine kurze Zeit diesen Beruf ausgeübt. Dann habe ich meinen Beruf gewechselt. Jetzt bin ich vom Beruf Türke. Und wie sie gesagt hat, bin ich auch türkischer und muslimischer geworden in Deutschland. Ich bin in Istanbul aufgewachsen. Ich stamme von einer multireligiösen Familie. Meine Mutter ist orthodox Christen. Mein Vater ist Muslim. Ich bin als Muslim aufgewachsen von meiner Großmutter, sozusagen. Aber dann habe ich mich so als Türke gefühlt in der Türkei. Also gar nicht gefühlt. Ich lebte in der Türkei. Mit 21 nach Deutschland gekommen. Habe dann studiert oder fertig studiert. Und dann mit der Zeit ist es sozusagen immer wieder, wird man mit Menschen auf die Herkunft, auf die Religion sozusagen reduziert. Also ich muss nämlich ständig sozusagen erklären, wie sie auch gesagt hat, rechtfertigen. In meiner Beratung, wo ich auch immer noch zwei Tage Beratung anbiete, merke ich, dass die jungen Frauen, die zu mir kommen, mit Kopftuch oder ohne Kopftuch, wenn sie mit Kopftuch sind, dann müssen sie erklären, wieso sie Kopftuch tragen. Und die anderen, wieso sie kein Kopftuch tragen. Wieso sie so gut Deutsch sprechen, wieso andere nicht Deutsch sprechen. Herr Koller, Sie sprechen sehr gut Deutsch. Dann sage ich mal, Sie auch. Wo haben Sie gelernt? Also man muss dann wirklich damit ein bisschen als Komediant, also die, deswegen nimmt ja die Zahl der türkischen Unterhalter, Komedianten stetig zu. Das hat wahrscheinlich damit zu tun. Wir müssen viel lockerer damit umgehen, mit diesen Geschichten. Aber ich merke das auch immer, diese interkulturelle Öffnung, diese Begriffe, über die wir streiten. Ich habe mal einmal gesagt, das hat Kermaschein anders gesagt, ich habe das auch gesagt. Wir machen so viele Projekte um interkulturelle Öffnung. Was soll das? Der Quatsch, sage ich immer wieder. Ich sage mal, gestern hat Cem was anderes gesagt, aber ich denke, das ist richtig. Wenn du dich in dieser Frage erinnerst, ich zeige dir gleich. Ich sage immer, wir sind, also wenn Sie zwei, wenn Sie Türken, ich werde immer wieder gesagt, Herr Koller, erzählen Sie mal den Unterschied zwischen dem Deutschen und dem Türken. Dann sage ich mal, wenn Sie den Türken fragen, können Sie das tun? Dann sagen wir in der Regel ja. Wenn Sie einen Deutschen fragen, dann sagen Sie, Moment mal, wir müssen erst mal gucken, ob die Gesetze dazu lassen, die Vorschriften, die Ausführungsbestimmungen es uns erlauben. Lassen Sie uns eine Kommission gründen. So ist die Diskussion. Bei beiden kommt am Ende nichts raus. Das ist, was uns verbindet wahrscheinlich. Kenner, können Sie mir mal sagen, was Sie meinen, wenn Sie von Türken und Deutschen reden? Ja, das ist ja, deswegen habe ich ein bisschen in diese Spaßgesellschaft reingekommen, aber ich wollte was Ernsthaftes auch sagen. Für mich ist die interkulturelle Öffnung Folgendes. Ich sage immer, die Sachlichkeit, die wir in Deutschland erfahren, die ich auch in der Türkei schätzen gelernt habe. Ich habe die deutsche, nicht die deutsche Schule, aber das österreichische Gymnasium in Istanbul absolviert. Deswegen habe ich schon von der Seite was mitbekommen. Aber ich habe hier gesehen, je nördlicher man geht, desto unflexibler ist man, weil das Wetter wahrscheinlich damit zu tun hat. Also es wird kälter und dann ist die Flexibilität weniger. Also wir müssen die Sachlichkeit mit dieser Flexibilität verbinden. Das schaffen viele, diese Hybrid-Deutschtürken. Insofern ist mir im Endeffekt egal, wie man sich benennt. Ich sage, wenn ich von mir auch etwas in diesem Staat sehe und identifizieren kann, dann ist mir egal, wie ich mich nenne. Die Frage ist, nimmt dieser Staat und Staatsapparat und die Verwaltungen, Bundes und so weiter, einiges von mir rüber, von meiner Biografie, dann sieht es besser aus, dann kann ich mich identifizieren. Nur zur Debatte, weil du das mal auch angesprochen hast, dieses Buchschreiben. Der wird ja noch ein Buch schreiben wahrscheinlich. Aber seitdem dieses Buch geschrieben worden ist, haben wir natürlich eine Debatte, eine rückwärtsgewandte Debatte. Aber da wir eine konsenssüchtige Gesellschaft sind in Deutschland, haben wir natürlich eine Gegenreaktion. Da hat sich die Politik, muss man ehrlicherweise diesmal zugeben, was ich nicht erwartet habe, sehr dagegen sich gestellt, trotz einiger Ausfälle. Aber gut, das kann passieren. Und ich denke, seitdem dieses Buch erschienen ist, haben wir mehr Staatssekretäre, mehr Ministerinnen türkischer Herkunft, mehr Abgeordnete türkischer Herkunft. Also, wenn er noch ein Buch schreibt, dann haben wir noch mehr Staatssekretäre. Was hat das damit zu tun? Ja, das ist dann sozusagen die Dialektik der Entwicklung. Frau Böhmer, Sie müssen uns doch jetzt von Amts wegen sagen können, was Integration eigentlich bedeutet und ob wir da auf einem aufsteigenden oder absteigenden Ast uns befinden. Also ich mache jetzt hier keine amtlichen Verlautbarungen, sondern ich will auch mal ein Stück eintauchen in das, was wir heute gehört haben. Und ich fand es außerordentlich eindrucksvoll, mitzufühlen, diese Geschichten von Menschen, die in unser Land gekommen sind, was die zwölf Punkte des Anwerbeabkommens eigentlich ausgelöst haben. Das war ja eine knappe Seite damals. Und in dieser knappen Seite ist sehr technisch beschrieben worden, was es bedeutet, wenn jemand nach Deutschland kommt, bis hin zu der Frage, welches Reiseproviant gibt man mit und dass man als Alternative vielleicht auch Geld bekommen kann. Und man wusste gar nicht, glaube ich, was man damit ausgelöst hat. Und die Betreffenden wussten auch nicht so richtig, auf was sie sich eigentlich eingelassen haben. Und damit sind wir doch schon mitten in diesem Thema. Integration, ein Prozess ist das, ein Zusammenleben, was stattfindet. Ich frage mittlerweile, wie lange ist jemand eigentlich Migrant? Und es kann doch nicht sein, dass wenn jetzt die Kinder und die Enkelkinder, und manches Mal kündigen sich ja jetzt schon die Urenkel an, hier leben, dass man immer noch sagt, das sind Migranten. Nicht so sehr wegen des Begriffs, ob das jetzt Einwanderer sind, das ist natürlich eine Einwanderungssituation, sondern man ist doch irgendwann angekommen und gehört dazu. Und ich glaube, das ist das, was so störend empfunden wird bei dem Begriff der Integration, dass es immer noch ein Bemühen sein soll, sich hier einzufinden, hier anzukommen. Ich habe gestern junge Menschen im Kanzleramt eingeladen gehabt, weil ich einen Wettbewerb ausgeschrieben habe, Heimat Almanya. Und ich wollte von den jungen Menschen wissen, 14-Jährigen, 16-Jährigen, 18-Jährigen, Wie empfinden Sie es denn, wenn die Eltern oder meistens die Großeltern aus Gaziantep stammen oder aus Trabzon, Kaiseri, der Boomtown? Und Sie sind geboren in Berlin, in München oder wo ich herkomme, in Ludwigshafen. Was bedeutet das? Wo fühlen Sie sich zu Hause? Und ich fand es ungemein spannend, welche Antworten es gab. Das war auch nicht mehr so sehr die Zerrissenheit, von der wir oft sprechen, sondern es ist schon die Geschichte, wir sind hier in Deutschland jetzt zu Hause. Eine sagte so schön, Heimat ist das, wo man sich wohlfühlt. Und das ist doch der Punkt, dass wir auch dafür eine Verantwortung haben, dass man sich hier in Deutschland wirklich wohlfühlt und nicht zurückgestoßen wird, weil der Name anders ist, weil die Adresse anders ist, weil die Geschichte der Familie anders ist. Und das ist etwas, was Ausgrenzung dann bedeutet und wo ich mir schon vorstellen kann, dass man dann auch sagt, ja, jetzt kehre ich mir zurück zu meinen Wurzeln. Ich war vor einigen Wochen in der Türkei. Ich habe sie leider versäumt. Sie waren acht Tage vor mir da. Ich kam acht Tage später. Aber manches Mal schaffen wir es auch. Ja, ich kam später. Aber ich war dann in Istanbul und ich war beim Rückkehrerstammtisch, weil mich schon umtreibt, warum gehen gerade junge Menschen, die eine gute Qualifikation haben, weg aus Deutschland? Fühlen die sich so zurückgestoßen? Ist das das, jetzt sage ich, dass Integration nicht gelungen ist? Und bei diesem Abend in Istanbul über dem goldenen Horn, die Lichter blitzten, das waren Begegnungen, die bei mir sehr nachklingen, weil mir viele auf einmal sagten, als wir in die Türkei zurückkamen, und vielleicht sind sie gar nicht, genau, das ist, Herr Fuchs, genau der Punkt, den ich jetzt dazu gesagt habe. Für viele war es ja keine Rückkehr in dem Sinne, sie sind ja nicht aus der Türkei weggegangen, sondern es ist die Kindergeneration, sie sind hier geboren, aber sie sind zurückgegangen, sie sagten mir, wir haben uns in dem Moment, als wir in der Türkei dann waren, deutsch gefühlt. Jetzt haben wir uns deutsch gefühlt. Dann frage ich mich natürlich auch, was verbindet man mit deutsch fühlen? Dann sagte mir eine, ja, das Denken ist mehr deutsch, und die Emotionen sind mehr türkisch. Jetzt wird es schwierig, glaube ich, die Psychologin ist jetzt hier ein Stück gefordert, aber man merkt, da kommt eine ganze Menge zusammen. Und sie haben mir auch gesagt, für uns ist es genauso denkbar, dass wir morgen wieder in Deutschland sind. Ich war bei Siemens in Istanbul, auch um dort mit jungen Menschen zu sprechen, super qualifiziert, warum sie jetzt gerade dort arbeiten. Und dann haben sie mir gesagt, für uns ist es nicht mehr so sehr die Frage, Deutschland oder Türkei, wir sind Weltbürger. Da kommt ein ganz anderes Denken zum Ausdruck. Und ich glaube, dass wir von daher auch gefordert sind, uns auf dieses andere Denken einzulassen. Jetzt sage ich zum Schluss noch eines, das ist ja die eine Seite. Die andere Seite, die mir so wichtig erscheint, ist, dass wir die Diskussion wirklich in Deutschland breitführen, weil ich natürlich merke, wie viele hier auch, dass wir einen Nachholbedarf haben in der, ich nenne es jetzt mal urdeutschen Bevölkerung. Weil die Erkenntnis, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, über das hat man lange gestritten, aber so wirklich angekommen in den Köpfen und in den Herzen, ist sie erst allmählich. Das kann man mit Statistiken untermauern. Viel angenehmer ist es, wenn man das in der Nachbarschaft macht, im Sportverein, wenn man in der Schulklasse sitzt, in der Elternversammlung auf einmal merkt, wer ist da neben mir. Und dann werden natürlich auch diese Fragen gestellt. Aber das heißt auch, dass die deutsche, die urdeutsche Gesellschaft sich mit der Frage auseinandersetzen muss, Minderheiten und Mehrheiten, das gilt ja heute nicht mehr. In Frankfurt sogar 68,3 Prozent der Kinder unter sechs Jahren stammen aus Zuwandererfamilien. Da sieht man, es ist eine ganz andere Zukunftssituation und ein ganz anderes Miteinander. Und da sollen wir uns, glaube ich, nicht so sehr an den Begriffen aufhalten, sondern wir sollen sehen, wie schaffen wir ein wirkliches Wir-Gefühl in unserer Gesellschaft. Dass wir verstehen, wir gehören zusammen, wir gestalten dieses Land zusammen, es ist unsere gemeinsame Heimat und Geschichten, die jetzt im Rahmen der 50 Jahre Anwerbeabkommen erzählt werden. Ich glaube, diese Geschichten helfen uns sehr, denn sie sind gemeinsame Geschichten und das sind die neuen deutschen Geschichten, die hier erzählt werden. Und ich glaube, die können das Bewusstsein verändern. Danke. Vielen Dank. Cem, kurzer Kommentar zu den dreien. Ich habe die ganze Zeit nachgedacht, während ich zugehört habe, dass wir eigentlich in weiten Fragen einig sind hier. Und das ist ja mit unterschiedlichen Parteien, mit unterschiedlichen Hintergründen. Ich glaube, es hat viel damit zu tun. Das erinnert mich sehr stark auch an die Euro-Debatte, die wir an anderer Stelle auch führen, wo es, glaube ich, gar nicht mehr so sehr ein großes Erkenntnisproblem gibt, sondern mehr ein Problem gibt. Sie haben das angesprochen mit den Urdeutschen. Also wie erklärt man das? Ich bin mir relativ sicher, ohne dass ich Ihnen jetzt zu nahe treten will, dass Sie vermutlich kein grundsätzliches Problem damit hätten, wenn wir ein Zuwanderungs- oder Einwanderungsgesetz machen würden, mit jährlichen Quoten, wenn wir die Verdienstgrenze reduzieren würden, auf ein Maß, wie es in der Wirtschaft üblich ist, bei 40.000 Euro im Jahr. Also da hätten wir wahrscheinlich gar keinen grundsätzlichen Streit, sondern die Sorge, bei Ihnen in der Partei ist, machen das die Leute mit, kriegen wir das vermittelt. Und das Interessante ist ja, das ist ja eine Sorge, die nicht nur bei Ihnen in der Partei ist, sondern die auch in der Sozialdemokratie sich findet. Das ist ja in der SPD nicht so ganz anders. Wir haben ja mit denen regiert und ich weiß, wie amüsant es damals war, mit der SPD zu verhandeln. Da haben wir ja nicht mit unseren Freunden bei der SPD verhandelt. Die anderen sind natürlich auch Freunde, das ist ja logisch, wir sind alle Freunde. Aber wir haben mit den etwas schwierigeren Freunden verhandelt, im Arbeitsministerium und im Innenministerium, die das da etwas anders sahen, als es beispielsweise um die Greencard-Regelung ging. Und es leitet mich zu dem, was ich mir überlege, wie redet man über sowas, wie vermittelt man, wie wirbt man, wie erklärt man. Und ich glaube, da gibt es noch eine große Leerstelle. Also 50 Jahre deutsch-türkisches Anwerbeabkommen warten eigentlich auch darauf, dass es auch mal vielleicht eine Grundsatzrede dazu gibt und nicht natürlich bei der Grundsatzrede stehen bleibt, sondern im Prinzip ist auch unser Job. Das, was wir jetzt hier machen bei Böll, und ich vermute mal, alle hier sind sich jetzt nicht so ganz uneinig, dass wir das im Prinzip auch draußen machen. Also bis zum berühmten Stammtisch, bis zum Marktplatz, auch dort wärmen dafür und sagen, liebe Leute, es geht nicht um das Ob des Zusammenlebens, sondern es geht um das Wie des Zusammenlebens. Und auch da meine ich das jetzt gar nicht nur in Richtung der sogenannten Mehrheitsgesellschaft, wobei das ja auch Begriffe sind, die immer relativer werden, wenn man eingebürgert ist. Ich habe mal den Begriff des Bio-Deutschen benutzt, da habe ich dann Protest bekommen bei Bio-Deutschen, weil die viele Deutsch-Türken gesagt haben, ich bin auch Bio, wenn auch nicht vielleicht Bio-Deutsch. Also insofern, glaube ich, muss man sich da Gedanken machen, das gilt auch in Richtung Menschen türkei-stämmiger, weil vorher ja auch diese Beschreibung, die ich ja auch ganz oft höre, ich werde türkischer, ich werde muslimischer in der Bundesrepublik Deutschland, das ist ja auch eine Reaktion auf eine Enttäuschung, auf das Gefühl, ich bin nicht angekommen, obwohl ich mich bemühe. Übrigens ist diese Enttäuschung interessanterweise eine, die sich primär findet bei Leuten, die einen akademischen Hintergrund haben. Weil für die ist dieses Gefühl, ich bin doch so wie ihr. Also ich gehöre ja nicht zu denen, die angeblich Probleme darstellen und trotzdem behandelt ihr mich genauso, wie wenn ich irgendwie nicht lesen und schreiben könnte und irgendwie keinen vernünftigen Satz zusammenhängend rausbringen würde. Da ist ja die Enttäuschung viel größer und das Gefühl, dass es zurückgewiesen sein und dementsprechend auch die Reaktion, dass man entweder auswandert, da gibt es ja interessante neue Zahlen drüber, oder eben, dass man in sich selber sich zurückzieht. Und da, glaube ich, gibt es einfach eine Übersetzungsleistung und die haben wir offensichtlich nicht gut gemacht. Das muss man einfach so einräumen, wenn man sieht, wie die Debatte in den gesellschaftlichen Eliten läuft, wenn man sieht, wie die eigentlich zum Teil abgekoppelt ist von der Debatte außerhalb solcher Räume. Da gibt es, glaube ich, noch eine große Vermittlungsleistung, die wir alle einfach besser leisten müssen, ohne dass ich jetzt schon eine Antwort darauf habe, wie man das macht. Vielen Dank. Lala Akin hatte sich spontan gemeldet. Ja, ich hatte mich spontan gemeldet. Zum einen, weil ich einfach sagen wollte, alle Demokraten sind Freunde, selbstverständlich. Das setzen wir mal voraus. Aber ich wollte auch noch mal auf eine Sache hinweisen, weil mir auch durch den Kopf gegangen ist, wie die Hedirci haben, als wir darüber geredet haben, wie ist das, wie war das. Gut, wir feiern jetzt 50 Jahre Anwerbeabkommen mit der Türkei. Aber ich möchte doch die Gelegenheit wahrnehmen, um festzuhalten, dass das das Vorspiel war. Denn das Eigentliche, was auf dieses Land zukommt, auf Europa zukommt, ist eine gigantische Alterungswelle in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Und damit verbunden, wenn man den Lebensstandard halten will, wird es ja auch gigantische Einwanderungswellen geben müssen. Das heißt, das, was wir hier heute erlebt haben, in den letzten 50 Jahren, dass die Türken sich zum Prototyp des Ausländers entwickelt haben. Der Türke war ja, oder der Moslem nachher, ist sogar der Prototyp des Fremden. Und wenn man Fremd meint, Ausländer, sagt man Türke, vergessen, dass 50 Prozent der Menschen mit Zuwanderungshintergrund eben nicht aus den klassischen Anwerbeländern kommen, sondern ganz woanders sich zusammensetzen. Das ist dann auch spannend. Aber das ist der Prototyp. Es wird jetzt eine Veränderung eintreten. Deswegen glaube ich, dass wir heute so eine Art, nicht nur heute, jetzt diese Tage mit den 50 Jahren, so Nostalgieveranstaltungen machen. Und irgendwann werden wir darüber nachdenken müssen, es geht gar nicht mehr um die 40.000, mal mit Leuten bitten zu kommen, weil mit dieser wirklich, ich sage es nochmal, gigantischen Alterungswelle, die auf Deutschland zurollt, der Lebensstandard nicht zu halten ist, wenn es nicht wirklich große geordnete Einwanderungsgruppen geben kann, die nach Deutschland kommen, dass man sich holt. Und dann wird erstmal, denke ich, und dann werden die Türken völlig uninteressant sein, weil da wird jemand, werden andere Leute als Prototyp des Fremden da sein. Es geht immer darum, wen definiert die Gesellschaft als Fremden. Es geht nicht um den Türken. Es ist einfach nur, der war es nur halt, weil er ein bisschen anders aussah, Radegorechtert und Moslem war und hat sich in der Zahl auch so furchtbar viele da waren, hat sich halt angeboten. So, dass wir persönlich, die wir eigentlich damit auch leben mussten, zum Teil darunter auch gelitten haben, geschenkt, gehörte zum Spiel dazu. Aber jetzt, denke ich, muss man gesellschaftlich den Leuten klar machen, und da müssen alle Parteien, wer das nicht tut, der wird überrollt werden. Alle Parteien müssen den Leuten klar machen, pass auf, alle ihr da draußen, es kommt ganz was anderes auf euch zu. Übrigens, eine Sache kann ich prophezeien, das weiß ich. Wenn die neuen Einwanderer kommen, werden die Türken keine Einwanderer mehr sein und sie werden sich vielleicht genauso gegen die neuen Einwanderer stellen und werden die genauso möglicherweise auch dann als die neuen Fremden diskriminieren, weil sie eben dazugehören. Das war ja ein bisschen schon so 1989, als die Mauer fiel und viele türkischstämmige, türkeischstämmige Immigranten plötzlich das Gefühl hatten, hoppla, das ist doch hier unser Land und wir fühlen uns auf einmal von den neuen, und der neuen deutschnationalen Seligkeit, die da ausbricht, herausgefordert. Aber diesmal wird es anders laufen. Genau. Genau. Achso, noch ein Satz. Ganz kurz, ganz kurz, ein Satz. Diesmal wird es anders laufen, weil es werden keine alten, neuen Deutschen hinzukommen. Ja, das ist klar. Also diese Solidarität, die damals entstanden ist, wird nicht kommen, sondern jetzt wird man sich mit dem Türken solidarisieren. Wir waren doch schon immer hier. Genau. Gerade gestern hat die Bundesregierung den neuen Demografiebericht vorgelegt und ich hatte gestern eine Pressekonferenz gehabt zu 50 Jahren, hatte eine positive Bilanz gezogen und hatte auch dort eingegangen. In dem Bericht steht, dass 2060 die Zahl, die Bevölkerungszahl um 17 Millionen reduzieren könnte, oder reduzieren wird, wenn wir den jetzigen Stand sozusagen behalten. und man braucht natürlich, dort steht da ganz ausdrücklich, zum ersten Mal, übrigens das Wort Integration steht auch nicht drin, was ich sehr gut finde, gleichberechtigt, ja als Überschrift, aber nicht im Inhalt. Wenn man den Inhalt sieht, dann steht gleichberechtigte Teilhabe als gesellschaftliche Aufgabe. Ich finde das sehr gut, dass die Bundesregierung auch sich von diesem Begriff verabschiedet. Wir müssen Sie auch umbenennen, Frau Böhmer, also als Partizipationsbeauftragte, vielleicht, wie ich dann gerne das habe. Aber wichtig ist wichtig, dass in diesem Bericht auch vieles sozusagen jetzt gesehen wird. Das Thema ist in den letzten 50 Jahren, in den letzten Jahrzehnten vielleicht, oder letzten zehn Jahren kann man sagen, sehr viel in die Mitte der Gesellschaft gekommen. Das ist gut. Also es war ein Randthema und jetzt ist es ein querschendes Thema und einer der wichtigsten Zukunftsthemen der Bundesrepublik Deutschland. Deswegen die Debatte über die, also wir sprechen natürlich alle Friede, Eierkuchen und das ist natürlich nicht der Fall, aber wir haben in der Bundesrepublik eine Strömung, eine Strömung, die sich sozusagen wieder das nationale Bewusstsein stärken möchte. Das ist die Linie von Sarrazin, so sehe ich mal. Das ist sozusagen die Antwort auf die Globalisierung, die Antwort auf die nationale Identität in Zeiten der Globalisierung. Das ist so eine Debatte auf den Rücken der zu anderen Institutionen, der Türken und der Muslime. Das ist für mich das Buch Saktis eigentlich. Und das ist, was in der deutschen Gesellschaft, in der deutschen, in der biodeutschen Gesellschaft ankommt, dass dieser Gedanke, ich sage mal, auch zum Teil diskriminierend, diffamierende Gedanke, in die Mitte der Gesellschaft gekommen ist und nicht nur in die Mitte der Gesellschaft, sondern in die höheren Ebenen der Gesellschaft. Dass der Rassismus mehr geworden ist, stimmt nicht. Dass der Rassismus immer gleich geworden ist. Aber dieser Gedankengut ist in die sehr höheren Etagen der Eliten sozusagen gekommen. Das ist, was mich sozusagen verängstigt hat in dieser Debatte, wo wir sehr viel Zustimmung in der Bevölkerung und nicht nur in der Bevölkerung, das ist okay, aber in den höheren Etagen bekommen haben. Ich denke, gerade diese Debatte macht die Bundesrepublik nicht. Und wir müssen diese Debatte noch einmal anfangen. Dann ist die Frage natürlich, Frau Böhmer, da gebe ich Ihnen recht, dann, ob Migrant oder nicht, das spielt dann keine Rolle. Wichtig ist, wieso? Weil es gibt eine Selbstbestimmung, was bin ich, wer bin ich? Und es gibt die Fremdbestimmung, wer bist du? Also die Leute sagen mir, je mehr ich dann sozusagen merke, du gehörst nicht dazu, du bist nicht deutsch, ja sag mal, woher kommst du denn? Ständig, wenn man das ständig hört, dann zieht man sich, wenn man sich natürlich in diese Rolle auch zurück. Und deswegen ist der Begriff Migrant, ja, nein, ich denke, ein Dritter der Kinder hier in Deutschland geboren. Und noch eine Zahl, was wir immer wieder vergessen, seit 1945 bis 2007, ist das Statistische Bundesamt, die niemand, ich wusste das gar nicht, ich bin jetzt das Beste belehrt worden, 36 Millionen Menschen sind in unser Land reingekommen, seit dieser Zeit, 36 Millionen, dass 80 Prozent davon sind, nicht deutscher Herkunft. 27 Millionen haben unser Land verlassen in dieser Zeit, 9 Millionen übrig geblieben. Also wir haben zwei Fünfte unserer Bevölkerung ausgetauscht. Es ist auch mal über die Debatte, wenn wir über Einwanderungsland diskutieren, mal zu wissen, dass so viele Veränderungen in unserem Land geschehen ist. Auch dies müssen wir bewusster machen, vielleicht bei uns. Vielen Dank. Frau Böhmer, Sie waren jetzt direkt angesprochen. Also ich muss doch Kenning Kollert sagen, beim Demografiebericht, der übrigens hochspannend ist, was so Bevölkerungsentwicklung anbetrifft. Und ich bin sehr froh, dass wir auch ein eigenes Kapitel haben zu Migration und Integration. Und ich glaube, dieses Reiben an den Begriff Integration, das ist das eine. Vielmehr ist es aber spannend, die Inhalte zu sehen. Und der Begriff kommt übrigens so häufig, ich sehe selten in einem anderen Bericht vor. Lassen Sie mich aber auf zwei, drei Dinge nochmal zurückgehen, die wir eben hatten. Frau Akün hat gesagt, Fremde. Ich glaube, wir stehen immer wieder vor dem Phänomen, dass Menschen sich gegen das Fremde oder den Fremden wenden. Wenn man in die Geschichte Deutschlands zurückgeht, wir hatten hier in Berlin die Hugonotten, im Ruhrgebiet die Polen, die kamen. Und es gab immer wieder dieses Sich-Abschotten. Früher bestand Deutschland ja auch ganz stark aus Stadtgesellschaften. Und es ist immer wieder dieses Phänomen zu sehen, wenn jemand in die Stadtgesellschaft kam, die Brentanos aus Italien, dass sie ganz schrecklich kämpfen mussten, bis sie die Stadtrechte hatten, bis sie die Bürgerrechte hatten, bis es weiterging, bis sie akzeptiert waren. Heute stellt diese Frage niemand mehr, wenn man diese Namen hört, aber man stellt sie bei neuen Namen. Wenn wir in die USA gehen, nach Kanada, klassische Einwanderungsländer, in den USA, auch dort, von der Einwanderungsgesellschaft, ein Sich-Abschotten gegen die Hispanics, massives Sich-Spannungsverhältnisse. In Kanada, was ich nie vermutet hätte, auch dort neue Spannungen, die auftauchen jetzt, trotz Zuwanderungsregelungen, die da sind, weil sich die Zuwanderung, die Einwanderung verschoben hat, von einer mehr europäisch dominierten hin zu einer asiatisch dominierten. Und trotzdem sage ich, wir müssen uns dieser Frage ganz genau stellen. Ich bin sehr offen für die Frage, wie gestalten wir Zuwanderung in der Zukunft. Denn vieles wird in unserem Land auch davon abhängen, wie es gelingt. Und dann müssen wir uns auch darüber klar sein, wen wir wollen. Und die Frage wird auf einmal ganz anders gestellt werden als in der Vergangenheit. Was mir in Kanada sehr nachging, war auch, dass diejenigen, die nach Kanada kommen, als Einwanderer sich sozusagen ausgewählt fühlen. Denn man muss dieses Punktesystem durchlaufen. Man muss bestimmte Qualifikationen erfüllen. Und man kommt mit einer großen Hoffnung in dieses Land, vergleichbar mit der Hoffnung, die die ersten türkischen Gastarbeiter auch hier hatten, nämlich, dass es besser gehen soll für die Familie. Aber man fühlt sich von daher anders angenommen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, was man auch mitbringt, man wandert jetzt in ein anderes Land ein, schafft auch von Seiten der Einwanderer nochmal andere Voraussetzungen, fordert aber das Land selbst auch heraus. Und das ist etwas, was ich hier in der deutschen Bevölkerung, ich habe es so schön gesagt, nur Deutschen, aber dann sind die Zugewanderten auch diejenigen, an die wir uns wenden müssen. Wir müssen uns auch fragen, wie offen wollen wir sein. Und ich finde, wir müssen dann auch uns mit den Ängsten auseinandersetzen. Das ist eben auch angeklungen, die durchaus vorhanden sind. Wir müssen aber auch vermitteln, dass diese Vielfalt, die unser Land jetzt schon hat, auch eine enorme Chance ist. Und ich kann nicht nur bei Unternehmen sagen, Diversity ist ein toller Ansatz, damit ist ein Unternehmen wettbewerbsfähiger, innovativer, kreativer. Das bringt uns voran. Das gilt auch für ein Land. Nur das muss sich in den Köpfen verändern. Und lieber Cem Özdemir, bei Fußball haben wir es ja gesehen, ich komme jetzt doch Affenfußball. Die Nationalmannschaft von uns wurde als Modell vorgestellt für die deutsche Gesellschaft der Gegenwart und der Zukunft. Und sie ist verdammt erfolgreich gewesen. Und wenn wir weiter erfolgreich sein wollen, müssen wir diese Offenheit haben, müssen wir diese Vielfalt positiv aufnehmen und müssen auch Zuwanderung und Integration zusammendenken und nicht bei den ersten Gastarbeitern, dass wir sie alleine gelassen haben, auf sich gestellt. Denn in Zukunft gilt es dann, die Menschen wirklich zu begleiten, zu unterstützen und dass sie dann von selbst gehen können. Ich möchte mal gerne, bevor wir jetzt ins Publikum öffnen, noch auf eine Entwicklung zu sprechen kommen, die heute Morgen bei dieser biografischen Runde auch kurz zur Sprache kam. Da hat sich nämlich jemand zu Wort gemeldet, der, ich glaube, zu den Initiatoren dieser neuen Initiative typisch deutsch gehört. Es gibt ja noch eine zweite, die in eine ähnliche Richtung geht, Deutsch Plus. Ich empfinde das als einen richtigen Befreiungsschlag. Dass dann nämlich eine junge Generation von Leuten mit Migrationshintergrund aussteigt aus dieser ganzen festgefahrenen Integrationsdebatte und sehr selbstbewusst sagt, wir sind deutsch. Wir sind deutsch. Und zwar Deutsche von einem neuen Typ. Und wir definieren Zugehörigkeit von uns aus. Wir lassen uns nicht abfragen, gehörst du dazu, erfüllst du die und die und die Kriterien, sondern wir definieren das von uns aus. Und wir fordern damit auch die, Anführungszeichen, Mehrheitsgesellschaft heraus, zur Kenntnis zu nehmen, dass wir dazugehören. Wir bitten nicht darum, sondern wir reklamieren eine Tatsache, wir gehören dazu. Aber das setzt natürlich psychologisch auch voraus. Und darum habe ich vorhin Kennern gefragt, was heißt denn hier Deutsch und Türkisch? Das setzt psychologisch auch voraus. Genau diesen Schritt, dass man sagt, ich bin deutsch. Punkt. Ich bin Deutsch-Türke. Punkt. Also da muss jeder selber entscheiden, was er zu sich sagt. Also ich werde darum bemühen, also wir heißen türkische Gemeinde in Deutschland, vielleicht werden wir in Zukunft, in meiner Amtszeit, weiß ich nicht, ob ich das hinkriege, deutsch-türkische Gemeinde vielleicht. Aber ich habe viel von diesen Hybrid-Identitäten und die Menschen müssen sich selber definieren. Die Frage ist übrigens, ich sehe ein paar Deutsch-Plus-Freunde, dieser Begriff stammt, sag ich mal, von mir, weil wir in der SPD, weil wir in der SPD in Berlin 1996 eine Arbeitsgemeinschaft gegründet hatten, die damals Deutsch-Plus heißen sollte. Die Partei hat mir dann verboten, diese Bezeichnung zu übernehmen. Deswegen hießen wir damals Arbeitsgemeinschaft Migration damals. Aber wie gesagt, diesen Begriff hatte ich mal im Tagesspiegel, gab es dazu einen längeren Artikel. Dieser Begriff wurde damals abgelehnt. Ich finde deswegen gut, dass dieser Begriff heute positiv bewertet wird, weil damals wurde das so, wir sind nur Deutsch. Wieso kommt dann Plus dazu? So war die Diskussion damals. Aber ich denke, die Identitäten, wir sind nicht nur türkisch oder deutsch, oder ich habe auch andere Ideen. Ich bin ein Mann, ich bin ein Fußballfan, ich bin Hertha-Mitglied, ich bin Fenerbahce-Fan, und vieles andere. Ja, also da kann man sehr viel mehr daraus tun. Deswegen, damit nicht jetzt, dass man darauf sagt, jetzt müsst ihr deutsch werden, oder deutsch, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich lebe hier, ich fühle mich wohl, und wenn ich mich wohl fühle, dann spreche ich auch, wenn ich dann zum Beispiel mit vielen Freunden aus der ganzen Welt, wo wir uns in der Türkei oder woanders treffen, jeder kommt aus Frankreich, oder aus Frankreich, oder wir sprechen, und wir verteidigen unsere Länder. In diesem Fall verteidigt Deutschland natürlich. Weil die ja dann, ihr Deutschen und so weiter, dann sagen wir, wir Deutsche. So, das ist eine andere Debatte. Dasselbe, wie Frau Böhmer gesagt hat, hier ist Alev Karataj aus diesem Rückkehrer Stammtisch. Ich habe gesagt, wieso habt ihr das als Rückkehrer Stammtisch benannt? Ihr habt ja gar nicht, ihr seid gar nicht zurückgekehrt. Ihr seid nur mobil von Deutschland in die Türkei gereist und dort lebt ihr jetzt. Und eine Sache, wo Emine Schein, die auch Mitglied in dieser Gruppe ist, ich habe mit ihr gesprochen, dass ich ihren Namen sagen darf, deswegen sage ich den Namen. Sie hat mir sehr Interessantes erzählt. Sie wird jetzt in der Türkei gemobbt, weil sie die deutsche Sachlichkeit dort umsetzt. Also, sie schreibt Vermerke und der Unternehmer, bei dem sie arbeitet, hat gesagt, alle anderen Mitarbeiter müssen das auch so machen. Und jetzt haben sie sie gemobbt, weil sie ja sozusagen eine Neuigkeit eingebracht hat. Also, sie sagt, ich fühle mich auch dort wohl, das ist was anderes. Wenn ich in Deutschland bin, dann fühle ich mich auch anders wohl. Also, es sind, wir leben in einer anderen Welt. Insofern spielt noch ein Satz. Spielt für mich die Festsetzung auf eins gar nicht. Ich bin, ich stricke dagegen, dass man aufzwingt. Was bist du denn? Nein, ich definiere mich selber. Das ist klar. So, jetzt Cem und Lale und dann Publikum. Ja, was ist Deutsch? Ich glaube, die Frage zu stellen ist Deutsch. Und insofern ist das schon ein Integrations... Insofern ist das, jetzt kommt eine paradoxe Intervention, insofern ist das eigentlich schon ein Beitrag zum Deutschsein, wenn man sich mit dieser Frage beschäftigt und diesen Diskurs aufgreift quasi und übernimmt und sagt, ich beteilige mich als Nachfahre von Zuwanderern an dieser Frage, was ist Deutsch? In der Frage, wo wir gerade neu definieren, wie ist unser Verhältnis zu Europa etc. Wie gehen wir um in der Gesellschaft, was Lale Akgün ja sehr schön beschrieben hat, die älter wird, weniger wird und bunter wird. Also insofern herzlich willkommen zu diesem Diskurs. Aber ich will das aufgreifen, was Kennern gesagt hat. Ich glaube, Ralf hat Recht oder Ralf Hüchs hat Recht, wenn er sagt, kann man nicht einfach sagen, ich bin Deutsch. Sollte man sagen können. Aber je mehr man darauf besteht, dass man sagt, umso weniger wird es gesagt werden. Das heißt, quasi die Voraussetzungen schaffen, dass es gesagt wird, das wäre, glaube ich, die Aufgabe. Die Voraussetzungen schaffen durch ein durchlässiges Bildungssystem, durch eine Aufstiegsmobilität, durch eine werbende, einladende Politik, mit die Angebote macht, durch ein noch liberaleres Staatsangehörigkeitsrecht, durch ein Zuwanderungsgesetz, das den Namen verdient, durch eine Bekämpfung von Diskriminierung, quasi die Richtung zeigen und dann aber natürlich auch hoffen und gucken, dass die Leute diesen Weg gehen. Und ich bin mir sicher, der wird dann auch gegangen werden. Man muss sich nur ein bisschen davon lösen, dass es da so Stichtage gibt, wo man dann einen Haken dahinter machen kann. Weil so sind Menschen nicht. Sondern es ist ein individueller Prozess. Ich würde sogar so weit gehen, wird vielleicht manche wundern zu sagen, dass es in diesem Prozess auch ein Recht auf Assimilation gibt. Weil ich finde, das kann man einem gar nicht absprechen. Es gibt nur nicht eine Aufgabe der Politik, das zu benennen. Deshalb ist ja dieser Diskurs um die Erdogan-Rede so ein bizarrer. Und zwar von allen Seiten. Weil das total missverständlich ist. Ich würde sagen, es gibt ein Recht auf Assimilation, aber keine Pflicht auf Assimilation. Bürgerinnen und Bürger entscheiden selber, wie sie ihr Leben gestalten in der Demokratie. Das Einzige, was mich als Politiker zu interessieren hat, ist, halten Sie sich an die Verfassung. Da gibt es keinen Rabatt für niemanden. Auch nicht für Skins. Bemühen Sie sich einigermaßen, die deutsche Amtssprache zu sprechen. Das muss ich auch jeden Tag. Ich zwinge mich immer mal in Schwäbisch möglichst wegzulassen. Und bringen Sie sich ein in das Bildungssystem und in die Arbeitswelt. Und alles andere, das muss sich in der Gesellschaft, im gemeinsamen Diskurs entwickeln und weiterentwickeln. Jim, gibt es auch ein Recht auf Segregation? Muss man jetzt definieren. Was ist Segregation? Zum Beispiel die Frage, ob ich mich bestimmten Elementen des staatlichen Bildungssystems entziehe durch Privatschulen. Das ist ja so ein Bestandteil. Das muss man in Grenzen aushalten. Das haben wir ja in bestimmten Grenzen, dass jemand sagt, ich will aber ein Bildungssystem, das eher darauf einen Schwerpunkt legt oder dort einen Schwerpunkt legt. Das ist ja ein Diskurs, den haben wir. Aber es gibt eben Grenzen auch. Und die Grenzen, die sind definiert in unserer Verfassung. Da würde ich allerdings auch darauf bestehen, dass diese Grenze nicht überschritten wird. Frau Akin. Danke. Ich glaube, ich würde die Frage nochmal von der anderen Seite beantworten wollen, nämlich die Frage, was hält diese Gesellschaft zusammen? Also deswegen, was ist deutsch? Oder können wir nicht sagen, wir sind deutsch? Ja, weil es einfach die Frage betrifft, was hält diese Gesellschaft zusammen? Neben Sprache, neben natürlich gesetzlichen Vorgaben oder wirtschaftlichen, auch informeller Konsens, was ist zulässig in der Gesellschaft, was nicht. Dieser Teil kommt in den Diskussionen einfach zu kurz. Es gibt auch einen informellen Konsens einer Gesellschaft. Was darf man, was darf man nicht? Natürlich ändert sich dieser Konsens. Vor 30 Jahren konnte man Öffentlichkeit schwulen Witze reißen. Heute möchte ich mal den sehen, den Öffentlichkeit schwulen Witze erzählt. Es ist nicht mehr gesellschaftlich Konsens. Also das ändert sich, das gehört mit dazu. Ja, sie dürfen das, genauso. Das ist eine andere Frage. Und auf der anderen Seite muss, oder Türken, Türken Witze, genauso aber müssen auch bestimmte Gruppen der Gesellschaft Abschied nehmen von der homogenen Gesellschaft, die es gegeben hat. Die wird es nie wieder geben. Die homogene Gesellschaft geht zu Ende. Wir kriegen eine heterogene Gesellschaft mit Kumulationen in bestimmten Bereichen und der Konstrukt, es war ja immer ein Konstrukt, Einheit von Volk, Sprache, Religion, das ist eine Konstruktion. Das gibt es nur in der Fantasie im Kopf, auf dem Papier. Gab es ja nie in der Wirklichkeit. So, das bricht auf und da müssen wir einfach schauen, was hält dann die Gesellschaft zusammen? Denn die Vorstellung war ja früher, so können wir die Gesellschaft zusammenhalten, indem wir ein Volk konstruieren, mit einer gemeinsamen Ethnie, mit einer gemeinsamen Religion konstruiert. Und man hat gehofft, dass man die Gesellschaft so zusammenhält. Aber das funktioniert heute nicht mehr. Das heißt, heute wird die Gesellschaft zusammengehalten von anderen Dingen und das ist eben auch zu gucken, Wirtschaft, Sprache und ein gemeinsamer, ein Common Sense darüber, was diese Gesellschaft eigentlich für uns leistet und was wir für sie leisten können. Das hält diese Gesellschaft dann zusammen. Über diese Frage müssen wir diskutieren, was hält sie zusammen? Nicht über die überkommene Frage, wie sind wir ein Volk und was ist sie? Haben wir vom gleichen Blut? Das ist wirklich vorbei und es wird noch viel mehr vorbei sein in den nächsten 20, 30 Jahren, weil einfach die Gesellschaft so hier unterschiedlich und gemischt sein wird, dass ich glaube, dass wir dann besonders aber auch, und da gebe ich natürlich nochmal, möchte ich Nachdruck verlegen, auf die Frage zu sagen, dann müssen wir besonders gut definieren, was diese Gesellschaft zusammenhängt. Denn das hängt zusammen. Wir dürfen auch nicht zulassen, dass sie völlig zerfasert und nichts mehr diese Gesellschaft zusammenhängt. Denn man hat ja, der Bürger hat ja auch Erwartungen an die Gesellschaft. Soziale Rechte, Absicherungen, Bildung, dass die Autobahn gut ist, dass die Ampel funktioniert oder die Autobahn nicht gut ist bei den Grünen. Also egal. Die Eisenbahn gut ist, wunderbar, die Eisenbahn gut ist. Das sind so, aber die Dinge, also und wer das, wer diesen Anspruch hat, muss auch überlegen, was tue ich als Bürger für diese Gesellschaft, was bringe ich ein? Das ist die Koalition hier. Ja, was bringe ich ein in diese Gesellschaft? Und das ist, glaube ich, die ganz wichtige, wird die Zukunftsfrage sein, über die wir diskutieren. Nicht über die überkommenen Dinge hier, wer wird sich integrieren und assimilieren und segregieren. Ich glaube, wir müssen da in der Nacht vorwärts schauen. Entschuldigung. Ja, Frau Böhmer noch mit einer knappen Bemerkung, dann gehen wir wirklich in den Saal. Ja, Autobahn. Zug. Nein, als Laliu Akün eben von dem Zusammenhalt der Gesellschaft sprach und dieses Ankommen hier und wir gehören einfach dazu, da habe ich gedacht, das bedeutet umgekehrt, aber auch ein Loslassen eines Staates für seine bisherigen Bürgerinnen und Bürger, dass sie ankommen können. Ich sage das vor dem Hintergrund, in der Türkei gibt es jetzt neu geschaffen ein Amt für die Auslandstürkinnen und Auslandstürken. Es gibt auch ein Ministeramt dafür. Es gibt auch Einladungen an deutsche Politiker, die türkische Wurzeln haben, regelmäßig, wird unterschiedlich angenommen, wie ich höre. Und damit verbindet sich ja auch so ein Stück der Anspruch, selbst in der dritten, in der vierten Generation sind es die Menschen, die hierher gekommen sind, gehören immer noch zu uns. Und das schafft Reibung, glaube ich. Deshalb, als eben von Assimilation die Rede war, es gibt eine neue Äußerung des türkischen Minister für die Auslandstürk in Bostak, wo ich sehr nachdenklich geworden bin, als er sagte, wer Deutsch wie die Muttersprache spricht und Türkisch wie eine Fremdsprache, so ist es zitiert in der Zeitung, der hat sich assimiliert. Und Assimilation ist ja etwas, was abgelehnt wird. Aber an der Stelle sage ich auch, glaube ich, brauchen wir die Diskussion mit den türkischen Vertretern, um zu sagen, lasst die Leute selbst ihren Weg gehen, lasst sie selbst entscheiden und wer hier lebt in Deutschland schon so lange, der gehört dazu und die Verantwortung für diese Menschen liegt hier in diesem Land. Frau Böhmer, ich habe mich auch ziemlich aufgeregt über diese Erdogan-Rede damals und mit diesem Assimilation ist ein Verbrechen. Aber das zu kritisieren ist das eine. Die Frage ist, warum tritt nicht Frau Merkel vor 10.000 Zuwanderern auf und sagt, ihr gehört hierher und ich bin eure Kanzlerin. Und verstehen Sie, also es geht nicht nur darum, dass man diesen türkischen Nationalismus kritisiert, das finde ich vollkommen berechtigt, mit den ganzen Agenturen, mit den ganzen Agenturen, die permanent dafür sorgen, dass das Türkenturm erhalten bleibt, sondern es geht darum, was wir tun, um ein alternatives Angebot zu machen. Also, ich teile die Meinung von Frau Böhmer nicht. Wir haben, die Menschen, die in Deutschland leben, die türkische Herkunft sind, jetzt hat es mit Nationalismus nichts zu tun, erwarten von der türkischen Regierung, weil sie türkische Staatsangehörige sind, dass der türkische Staat sich um seine, ihre Staatsangehörigen bemühen muss. Also, es war schon eine längst, eine Forderung von uns gewesen. Die Frage ist, wie man damit umgeht, ist eine andere Frage. Ich kann darüber sehr lange streiten. Es gibt auch ein Amt bei der Bundesrepublik, jetzt weiß ich nicht, Aussiedlerbeauftragte oder andere, die dann für kulturelle Minderheiten von Deutschen in anderen Ländern zuständig sind. Also, dieser Beauftragte bemüht sich immer wieder in Polen zum Beispiel um Deutsche. Also, insofern muss man das nicht so gleich ablehnen, sondern man muss gucken, was die sagen, ist natürlich wichtig. Und letzter Punkt. Ich denke, wir müssen wegkommen von diesem, weil Sie nehmen ja an der Konferenz auch teil, Frau Böhmer, am Dienstag macht ja Bekirbosa diese Konferenz von diesem Amt. Dieses Amt ist geschaffen worden. Es gab ja ein für Auslandzürken geschaffene Ministerpräsidenten, Ministerium. Jetzt ist es sozusagen in diesem Ministerium etwas mehr Kompetenzen gegeben worden. Die machen auch viel. Ich teile nicht alles, was sie machen. Darum geht es gar nicht. Aber dass man, dass ein Land sich um seine Staatsbürger kümmert, kann man nicht vorwerfen. Noch letzter Satz. Letzter Satz. Nein, nein, nein. Wirklich, aber jetzt letzter Satz. Wir gehen ins Publikum. Nein, nein. Es ist also wirklich, da muss man richtig, ich bin gerne bereit zu streiten. Also, ich habe damals Frau Merkel vorgeschlagen, ich habe ihr einen Brief geschrieben. Frau Böhmer weiß das auch. Ich habe gesagt, liebe Frau Merkel, ich mache für Sie eine Veranstaltung, vielleicht kommen nicht 15.000, aber mindestens 3.000, 4.000, 5.000 kann ich organisieren, dass Sie mit Ihnen zusammenkommen. Es gab nicht mal eine Antwort dazu. Ja, das kritisiere ich doch. So, Frau Böhmer, aber jetzt gehen wir wirklich ins Publikum. Sie können ja nachher nochmal in der Schlussrunde nochmal Stellung nehmen. Weil sie Frau Merkel vorgeworfen hat, sie hätte sich nicht als Bundeskanzlerin für alle Menschen hier in Deutschland gehört. Genau das war die Replik, dass sie sagte, ich bin die Kanzlerin aller, die hier in Deutschland leben. Den Vorwurf kann man ihr wirklich nicht machen, Herr Függs. So, jetzt gehen wir ins Publikum. Ich sehe schon so viele Hände, das werden wir kaum, kaum, werden wir kaum hier bewältigen können. Also, seien Sie mir bitte nicht böse, wenn Sie jetzt nicht alle drankommen. Wir sammeln jetzt einfach ein paar Wortmeldungen. Ich muss relativ willkürlich vorgehen. Wir fangen mal hier in der Mitte an. Genau, die zwei jungen Frauen, ja, genau, fangen Sie an und dann Ihre Nachbarin. und stellen Sie sich kurz vor und bitte Fragen. Ich, Fragen an die? Ja, ja. Okay. Ich bin Carina Linder, Stipendiatin der Heinrich-Böll-Stiftung und studiere Geoökologie und ich habe eine Frage, die bezieht sich auf Leute, die an solchen Konferenzen nicht teilnehmen können. Ich muss dazu ein bisschen ausholen, ich hoffe, das geht. Ich versuche es ein bisschen kurz zu halten. Als ich in der Grundschule war, waren bei mir in der Klasse türkischstämmige Kinder, die wurden nicht beachtet. Das war überhaupt kein Thema. Zehn Jahre später hat mich die Grundschullehrerin von damals angerufen, ob ich solchen Kindern eine Nachhilfe geben könnte. Habe ich dann gemacht. War danach selber längere Zeit in der Türkei, habe dort Türkisch gelernt und danach mit den Eltern dieser Kinder geredet. Das waren Frauen, die haben das erste Mal mit einer Deutschen auf Türkisch über ihre Probleme in Deutschland reden können. Die sind total neugierig gewesen hatten sehr viele Fragen im Kopf, die sie das erste Mal wirklich artikulieren konnten und an eine Deutsche stellen konnten. Und auf der anderen Seite habe ich mit sehr vielen Deutschen geredet, die das erste Mal auch Fragen stellen konnten, die sie sich nicht zu stellen trauen, weil es eben diese Türken, die in der Gesellschaft präsent sind, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört heute, die sagen, es geht mir auf die Nerven, dieses ganze Integrationszeug. Wie kommen wir an die Leute ran, die so viele Fragen im Kopf haben und die diese nicht mehr stellen können, sowohl auf türkischer als auch auf deutscher Seite? Ihre Nachbarin, bitte. Ja, also eigentlich wollte ich ganz viel sagen, aber weil wir nicht so viel Zeit haben, da stelle ich einfach nur eine Frage an Frau Böhmer und zwar eben zu der letzten Runde mit der Reaktion von Frau Merkel und Ansprache und so weiter und so fort. Meine Frage wäre, hätte es nicht möglich sein können, dass jemand aus der CDU, es muss nicht unbedingt die Bunge des Kasslerinnen gewesen sein, aber dass irgendwer sich hinstellt und sagt, bevor ein Erdogan kommt und sagt, hört mal, ihr seid meine Leute, sich hinstellt und sagt, ihr gehört hierher und ihr gehört zu uns und ich bin für eure Anliegen auch ansprechbar und das ist nicht passiert. Ich finde es ein bisschen erbärmlich, dass das sozusagen im Nachhinein kommt, wenn man den türkischen Ministerpräsidenten dann kritisieren muss, was ja berechtigt ist teilweise auch, aber man hätte dem auch zuvorkommen können. Dankeschön. Also wir sammeln, ne? Also Sie alle, die angesprochen werden, machen Sie sich da bitte eine kurze Notiz im Kopf. So, jetzt auf der anderen Seite. Ja, mein Name ist Nijati Usiri, ich studiere deutsche Literatur hier in Berlin, ich bin auch Stipendiat bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich habe eine Frage zum Journalismus und zwar kommentieren und bewerten Journalisten ja jetzt immer Politiker und jetzt möchte ich einmal die politische Perspektive hören. Wie würden Sie denn den Beitrag und die Bedeutung des Journalismus beurteilen? Also ich denke da jetzt nicht nur an die Bild-Zeitung, sondern ich denke vor allem auch an die Öffentlich-Rechtlichen, deren Beitrag vielleicht oft unterschätzt wird. Und die Frage, die ich dazu habe, ist auch, wo würden Sie die Integrationsdebatte einordnen so zwischen Scheinproblemen, ich denke da so an Kopftuchdebatten, wen interessiert es eigentlich, ob mein Gegenüber was auf dem Kopf hat oder nicht, und zwischen tatsächlichen Problemen, zum Beispiel die Bildungsproblematik von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Also ich habe oft das Gefühl, dass dieses, dass das Integrationsproblem, was wir haben, durchaus, in den deutschen Medien oft auch benutzt wird, um von tatsächlichen Problemen, wie zum Beispiel der Geldschöpfung oder wie auch immer, abzulenken. Okay. So, Frau Aktürk, wir gehen jetzt nochmal kurz nach vorne und dann da nach hinten. Ich bin die Frau Aktürk, ich bin Seniorenvertreterin gleichzeitig in Neukölln. Meine Frage, Frau Böhm und Herr Özdemir, was ist denn überhaupt Integration? Das habe ich leider noch nicht verstanden. Seit 50 Jahren, 41 Jahre, ich habe mich immer noch nicht integriert und noch einer mit dem Migrantenhintergrund. Meine Enkelsohn von sechster Klasse, die Lehrerin hat gesagt, du schaffst das Gymnasium nicht. Du gehst entweder Realschule oder Gesamtschule. Er hat gesagt, wir haben gesagt, nein, der Junge schafft das. Er hat das Gymnasium geschafft und nach dem Gymnasium hat Lehrer wieder Knüppel zwischen die Beine geschmissen, hat er gesagt, du schaffst das Abitur nicht. Und er hat hier schafft Abitur, jetzt wartet Platz vom Universität. Und das muss man erst mal in den Köpfen ändern. Mit Gesetz kann man nicht machen. Das ist meine Meinung. Es muss erst mal die Köpfen und die Lehrerin muss endlich mal greifen, dass hier Migrantenhintergrund, diese Kinder sind alle hier geboren, diese Kinder hier aufgewachsen. Türkei ist für meine Enkelkinder, auch die anderen, Urlaubsland. Nicht Heimat, sondern Urlaubsland ist das. Wenn es so weitergeht, dann verliert Deutschland noch mehr so ausgebildete junge Leute. Danke. Dankeschön. Haben Sie sich gemeldet? Ja. Okay. Ja, ja, genau. Wie der Zufall ist, Wille. Sie sind jetzt dran. Ja, vielen Dank. Abdullah Hintz, mein Name, vom Verein Typisch Deutsch. Eben habe ich mich ein bisschen vorgestellt. Will das auch nicht vertiefen. Also was ich sagen wollte ist, ich gebe der Frau eben, der Frau Akthörg auch recht, dass sich in den Köpfen was verändern muss. Ich habe zuletzt noch ein Gespräch gehabt mit einem Professor aus Amerika, der seit 30 Jahren hier in Deutschland, in Berlin lebt, heißt Donald Mac Griffiths, ist bei den International Black Cinema Organisator in Schöneberg. Das ist ein Verein für soziale Arbeit sozusagen, um genau diese Probleme, die wir eigentlich hier besprechen, so behandelt. Und er hat gesagt, was er an Erfahrungen hier in Deutschland gesammelt hat, er hat mir gesagt, dass die Türken, sozusagen die Afroamerikaner der Staaten, der USA sind, sozusagen. Und dass wir Türken genau dieselben Probleme haben, wie Afroamerikaner in den Staaten und was sich eben ändern muss. Ich bin sehr froh, dass es Menschen wie Cem Özdemir gibt, sozusagen, die wie sozusagen Barack Obama sozusagen irgendwann auch sagen, yes we jam. Ich bin sehr stolz darüber, dass es so eine Entwicklung gibt. Aber Rassismus ist ein großes Problem in Deutschland und das muss auch wirklich mit Hand und Fuß irgendwie dagegen gekämpft werden. Okay, gut. So in Ihrer Nachbarschaft, ja genau. Ja, der Clef Möse, ich bin, auch praktisch, mein Vater war quasi Einwanderer im eigenen Land. Ich wollte nur was, ich habe keine Frage, ich wollte nur was, kurz Statement. es wurden die Deutschen sogar im eigenen Land diskriminiert, also mein Vater war Vertriebener. Damals hat er mir erzählt, also das praktisch, also was er mir erzählt hat, das heißt, bei der Wohnungssuche zum Beispiel wurde er und seinesgleichen, gab es ja viele damals, genauso diskriminiert wie die Türken wenig, also zehn Jahre später, als die eingewandert wurden. Also dem ging es ähnlich, also das wollte ich nur mal sagen, es gab auch Deutsche, die im eigenen Land diskriminiert wurden. Okay, vielen Dank. So, was hatten wir hier noch? Ja, mein Name ist Wojtke VDI, eine interessante Ergebenheit, vor 14 Tagen war ich in der FU gewesen, in der ETU gewesen, hatte das Gespräch mit drei interessanten Moslem-Damen aus der, also türkischer Herkunft gehabt und meine Frage war natürlich gewesen, nach Langen, ich sage, nachher, ihr seid ja nur hier, habt ja hier das Abitur gemacht und habt jetzt das Studium, wenn ihr nachher euer Diplom habt, was macht ihr dann? Dann haben die mir gesagt, alle drei, wir gehen in die Türkei zurück. Die Türkei ist im Aufschwung, wenn wir dorthin kommen, wir sind gefragt, wir kriegen das Doppelte, das ist Dreifache, von dem, was wir hier bekommen. Das heißt, unterm Strich gesehen, hier fangen wir ganz klein an und da sind wir schon wer. Was gedenkt die Bundesregierung oder was gedenkt unser deutscher Staat, nachdem wir da also so einen Ausbildungsplatz kostet, ja, Hunderttausende von eurer und euch als Lockmittel in der nächsten Zeit in Bewegung zu setzen. Ich danke Ihnen. So, jetzt, wir können wirklich nur noch eine oder zwei, ich entschuldige mich bei allen anderen, die nicht mehr dran kommen. So, bitte. Schönen guten Tag, Laura Kolland, ich komme von Citizens for Europe und ich habe die symbolischen Wahlen mit meinem Verein mit organisiert, hier in Berlin, also von der Kampagne Jede Stimme 2011 und soweit ich jetzt hier das verfolgt habe, ist bisher noch überhaupt nicht zur Sprache gekommen, was eigentlich mit Einwanderung ist. Cem Özdemir hat zwar mal gesagt, dass wir, was Staatsangehörigkeit und Einbürgerung anbelangt, noch nicht weit genug sind, aber welche Schritte da jetzt tatsächlich notwendig sind und nochmal, also ich möchte jetzt einfach nochmal tatsächlich darauf hinweisen, dass nach diesen 50 Jahren halt einfach immer noch viele keine politischen Teilhaberechte in Deutschland haben und dass ich da momentan einfach einen großen Stillstand sehe und das in der Debatte dann doch nochmal mit aufgenommen werden sollte. Vielen Dank. So, jetzt die Damen am Gang hier als Letzte. Genau. Ich möchte an Frau Akkün anknüpfen. Ich bin Lehrerin und ich bin in der Lehrerfortbildung tätig und ich, ja, ich bin erstaunt über das Einverständnis auf dem Podium, was ja sehr heterogen zusammengesetzt ist und habe da auch so meine Bedenken. Es wird sehr allgemein von Ihnen gesprochen. Es wird auch von der Vermittlungsnotwendigkeit aus der Sphäre der Politik in die, ja, anderen Sphären gesprochen. Aber wo passiert es? Ich in der Lehrerfortbildung nehme wahr, eine zunehmende, ja, wie kann ich das nennen, eine, dass soziale Phänomene kulturalisiert werden. Das zum Beispiel auch gerade nach Pisa zunehmend der kulturelle Hintergrund oder auch die, auch die Religion als Gründe für das schlechte Abschneiden von Kindern mit Migrationshintergrund benannt wird. Ich habe Kommentare aus den Fortbildungen, die hanebüchen sind und die in meiner Wahrnehmung nach 30 Jahren Fortbildungstätigkeit immer schlimmer werden. Wenn davon gesprochen wird von Kollegen nach fünf Veranstaltungen zum Thema Heterogenität, Diversität, Schule in der Einwanderungsgesellschaft, wenn davon gesprochen wird, wir müssen endlich mal dafür sorgen, dass unsere deutsche Leitkultur von den Migranten angenommen wird. Sonst können sie gehen. Das sind Lehrerinnen, die genau dann am nächsten Tag in der Klasse stehen und Kinder unterrichten, von denen Frau Acken am eigenen Beispiel gesprochen haben. Also meine Frage, was heißt denn das konkret? Was haben Sie denn vor Vorstellung, wenn Sie von Bildungspolitik sprechen oder davon sprechen, es muss in die Köpfe kommen? Wie soll es in die Köpfe kommen? Welche Weichen müssen gestellt werden? Und was haben Sie für konkrete Beispiele, wo und wie das passiert? So, jetzt eine mit Blick auf die Uhr notgedrungen kurze Abschlussrunde hier auf dem Podium. Ich würde alle bitten, versuchen Sie jetzt nicht flächendeckend auf alle Fragen einzugehen, sondern nehmen sich ein oder zwei raus, möglichst solche, die persönlich an Sie gestellt wurden und etwa so drei Minuten. Lale, wollen Sie anfangen? Ich würde gerne auf zwei Sachen eingehen. Zum einen, was der Herr eben gesagt hat, wie das war mit den Vertriebenen seiner Zeit und dass Vertriebene genauso diskriminiert worden sind. Dann kamen, sagten Sie auch, dann kamen die Gastarbeiter und die Vertriebenen waren kein Thema mehr. Ich finde es spannend, auch wie man damit mit dem Thema umgegangen ist. Es gab ja die Vertriebenenverbände, die waren ja wichtig und sehr mächtig. Heute sind das so Altherrenverbindungen, über die kein Mensch mehr eigentlich redet. Dafür haben wir andere Verbände, wie Kenan-Koraz-Verband zum Beispiel. Ich glaube irgendwann, ich finde jetzt, es wäre etwas jetzt grob, vielleicht die Parallele zu ziehen von den Vertriebenenverbänden zu deinem Verband, aber ich sage mal so, nein, aber wenn man es jetzt mal auf der abstrakten Ebene anschaut, ich glaube, dass irgendwann, wenn, sagen wir mal, das Thema Türken durch ist, auch dann solche Verbände nicht mehr nötig sein werden, um den Leuten ein Gefühl der Geborgenheit, wir nehmen eure Rechte in Schutz, genau das sind ja die Funktionen, dass einfach eine Passagieremöglichkeit ist, den Leuten das Gefühl zu geben, wir sind für euch da und nichts kann, was Besseres kann eigentlich passieren, dass irgendwann dein Verband nicht mehr nötig ist, denn damit wäre ja sozusagen ein Punkt erreicht, wo das Problem sich erledigt hat. Das Zweite ist natürlich, was Sie gesagt haben mit der Lehrerfortbildung, man muss den Leuten klar machen, dass es eine deutsche Leitkultur geben wird, nur wie sie aussieht und welche Inhalte sie hat und was es heißen wird, darüber werden wir, glaube ich, in Zukunft tüchtig streiten müssen und das wird das Thema sein, eigentlich das Megathema der nächsten Jahre, was heißt eigentlich, was hält, was ich eben sagte, was hält unsere Gesellschaft zusammen und was ist die Leitkultur dieser neuen Gesellschaft? Ich kann jetzt auch nicht alle beantworten, deshalb bin ich um Nachsicht jetzt nur in aller Kürze. Mehr als 50 Prozent der Deutsch-Türken in Deutschland sind immer noch türkische Staatsbürger, das vergisst man immer. Also es ist nicht so, dass praktisch alle eingebürgert werden, deutsche Staatsbürger werden, das Wahlrecht besitzen, mit allem, was dazugehört, sondern hier leben Leute nach 50 Jahren ohne deutschen Pass, die haben noch nicht mal das kommunale Wahlrecht, das kommunale Wahlrecht haben EU-Bürger auf Gegenseitigkeitsbasis, das haben wir gemacht, weil wir es machen mussten, nicht weil es hier unbedingt auf Begeisterung stieß, will ich mal daran erinnern. Das heißt, es ist ein bisschen Wohlfall, wenn man jetzt den zum Vorwurf macht, dass die, die hier nicht wählen dürfen, jetzt in der Türkei wählen dürfen. Mein Ansatz ist es nicht, also sonst hätte ich mich ja nicht so entschieden, dass ich mich hier für die Einwirkung entschieden hätte und hier mitzumachen, für mich wäre was anderes völlig unvorstellbar gewesen. Aber ich will noch mal sagen, ich habe ja immer die türkischen Zeitungen gelesen, seit ich politisiert worden bin, immer reingeschaut und da fiel mir immer auf, wenn türkische Politiker und zwar von wechselnden Parteien hierher gekommen sind, trafen sie hier auf Verbands- und Vereinsvertreter, die ihnen immer gesagt haben, wann kriegen wir endlich unseren Minister. Insofern hat Ankara eigentlich nichts anderes gemacht, als den Wunsch von deutsch-türkischen und das gleiche gilt auch für andere Länder, wo türkische Communities sind, Vereinsvertreter, wie Kennern und Anderen erfüllt. Nichts anderes. Ankara hat den Wunsch erfüllt von Vereinen und Verbänden, die gesagt haben, wir wollen endlich einen Minister, der sich um unsere Sachen kümmert. Man kann sich darüber streiten, ob das hilft oder nicht hilft. Das ist jetzt nicht die Debatte und auch nicht die Zeit dafür. Ich will nur sagen, das ist eine Reaktion auf einen Wunsch. Ich mache es mal konkret, weil Sie vorher diese Treffen angesprochen haben. Ich war einmal dabei, als Herr Gühl, der jetzige Staatspräsident, Außenminister war, zu einem Treffen eingeladen war mit Leuten, Mandatsträgern, Politikern aus unterschiedlichen europäischen Ländern und ich war da auch dabei. Und dann gab es eine Runde, wo gefragt wurde, ja, was sind denn die Themen, die beschäftigen? Und die Meldungen darunter, Leute, die wir hier alle oben kennen, ich nenne jetzt bewusst keinen Namen, von zum Teil sehr prominenten deutsch-türkischen Politikern, war, ja, ich habe von meinen Wählerinnen und Wählern den Auftrag des Wahlrechts in der Türkei, wann kommt es endlich? Da gucke ich mich um und denke, ist das wirklich deine wichtigste Priorität in Deutschland? Ist das dein allergrößtes Problem in Deutschland? Haben wir alle anderen Probleme in der Bildung gelöst, bei den Schulen gelöst, mit Diskriminierung gelöst, mit Arbeitslosigkeit gelöst? Das wichtigste Problem von Deutsch-Türken in Deutschland ist wirklich, wann wir in der Türkei wählen und dann geht es uns super? Das haben die gesagt, nicht irgendwelche Leute von der ersten Generation. Leute von meiner Generation und Jüngere haben in der Türkei bei der Konferenz und dann hat Gül irgendwann mal, ich war der Erste, der gesagt hat, das ist nicht ganz meine Agenda, auf meiner Agenda stehen andere Themen in Deutschland und es ist schön, dass Sie sich dafür interessieren, aber wirklich helfen können Sie mir dabei nicht. Und dann hat Gül, Gül, nicht die Deutsch-Türken hier, Gül hat dann gesagt, er wundert sich ein bisschen über die Fragen, die aus Deutschland und aus Europa kommen, er hätte jetzt eher erwartet, dass man sich für Bildungsfragen interessiert, für Schulfragen und so weiter interessiert. Also man muss da auch mal Taha'lis reden, wir haben da auch ein Problem. Es gibt in der Community auch unterschiedliche Orientierungen. Ein Teil der Community glaubt, Ankara rettet uns, andere Länder retten uns. Ich glaube das nicht. Ich glaube, hier ist die Lösung. Das heißt aber natürlich dann auch für die Politik, jetzt bin ich am Schluss, das ist wie beim Fußball. Sie sehen ja, der türkische Fußballer hat sich gut organisiert, die haben nicht geschlafen. Der, wie heißt der, Erdal Keser, genau, der Erdal Keser, der hat hier ein Büro mit vielen, vielen lokalen Leuten und sobald einer halbwegs den Ball berühren kann, ist er bei dem zu Hause, bei den Eltern und sagt, willst du nicht ein Trikot der türkischen Nationalmannschaft? So schnell ist der DFB fast gar nicht mehr. Der DFB ist jetzt aufgewacht, bemüht sich jetzt auch und hat ja offensichtlich auch die besseren Fänge. So, und genau so ist es bei der Politik. Ich hätte gern einen Wettbewerb, Frau Professor Böhmer, zwischen den Parteien und natürlich gilt es auch für alle anderen gesellschaftlich relevanten Verbände um die Aufmerksamkeit, Herz und Verstand der Migranten in diesem Land, dass man um sie wirbt und sagt, hier spielt die Musik. Mitmachen. Herzlichen Dank. Cem hatte von Anfang an angekündigt, dass er um 13 Uhr gehen muss, weil er einen dringenden Folgetermin hat. Deshalb, wenn du magst, Cem, kannst du dich jetzt verabschieden. Viel Erfolg und bis demnächst. Tschüss. Kenan. Wir geben Frau Böhmer das Schlusswort. Kenan Kollert. Also ich möchte, also diese Frage würde ich gerne mit Ihnen diskutieren über die Schulfrage, aber die Zeit reicht nicht aus. Ich will einen anderen Aspekt. Wir sind 50 Jahre Anwerbeabkommen. Gestern hat jemand gesagt, Abwerbeankommen ist auch interessant, Abwerbeankommen. Man wird abgeworben und angekommen, also Anwerbeabkommen. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn die Heinrich-Pölsch-Stiftung, die Grünen, alle anderen Parteien sich für ein Migrationsmuseum einsetzen würden, weil ich das sehr wichtig halte, dass die Geschichte, ja, in diesem Sinne nicht, es gibt in den bestimmten Museen Abteilungen, aber ich möchte ein richtiges Museum haben, vielleicht sogar in Berlin, hier am Flughafen, Tempelhof vielleicht dort, dass wir dann dort was machen können, werde den Regierenden Bürgermeister das auch vorschlagen, aber ich finde das sehr wichtig und in den Schulbüchern muss dieses Thema auch nochmal aufgegriffen werden. Die Geschichte der Migration muss aufgegriffen werden. Wenn wir sowas schaffen, dann verbindet das uns und ich bin in diesem Sinne grundsätzlich optimistisch, was den Diskurs angeht, weil wir sehr viel vorangekommen sind in dieser Debatte. Wir müssen die Rahmenbedingungen vielleicht noch einmal überdenken, da gibt es Dissenspunkte, aber das macht die Demokratie lebendiger, deswegen streiten wir gerne, aber ich hoffe, dass wir in nächster Zukunft sehr viel mehr gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger in Deutschland haben, dass sie sich nicht nur im Migrationsbereich, deswegen finde ich es sehr gut, dass die Menschen mit Migrationsgeschichte sehr viel in die Politik gehen, die politische Partizipation ist viel mehr gelungen als in allen anderen Bereichen und da es so viele migrantische Mitglieder oder Abgeordnete gibt, können sich nicht alle den Themenbereich Integration aussuchen und müssen sich in anderen Bereichen mal schlagen. Das finde ich auch toll, dass sie sich als Finanzpolitik, in Wirtschaftspolitik, in Gesundheitspolitik engagieren, finde ich sehr viel toll. Also ich sage immer den türkischstämmigen Politikern, macht keine Integrationspolitik, lasst diesen Bereich den Deutschen unter Anführungsstrichen, macht Fachpolitik. Dankeschön. Vielen Dank, Kenan. Und Frau Böhmer. Herr Fuchs, Ich will drei Punkte herausgreifen. Der erste Punkt, ich setze auch bei Bildung und bei Sprache an und das, was Sie schildern, ist etwas, was, Bildung ist Ländersache, aber dabei bleibe ich jetzt nicht stehen. Ich habe als Integrationsbeauftragte die Chance, hineinzuwirken in die Kultusministerkonferenz und in die Länder. Und wir haben dort in der Tat auch angesprochen, die Probleme, die Lehrer haben. Ich glaube, Lehrer reagieren vor allen Dingen dann so, wenn sie mit dem Rücken an der Wand stehen, wenn sie alleingelassen sind. Und mein Eindruck ist, dass auf der einen Seite uns die Kultusminister der Länder mit Fug und Recht sagen können, sie haben eine ganze Menge gemacht, dass es aber für viele Schulen ganz konkret bedeutet, dass sie zu wenig Lehrkräfte haben, dass die Schulsozialarbeiter nicht da sind, die man eigentlich braucht, dass wir zu wenig Ganztagsschulen in diesem Feld haben, denn wenn sie individuell fördern wollen, brauchen sie mehr Ganztagsschulen. sie brauchen einfach mehr Zeit. Und ich bin sehr dafür, dass wir mehr Lehrkräfte auch haben aus Zuwanderungsfamilien, die diese Erfahrung hineintragen können, im Sinne von Brückenbauer. Und ich setze mich dafür ein, dass bei den Lehrerexamina, im ersten und im zweiten, dieses Thema Heterogenität, ich sage jetzt nicht Integration, ich sage Heterogenität, ein fester Bestandteil ist und auch ein Prüfungsbestandteil. Denn dann erst werden alle, die in der Schule unterrichten, entsprechend vorbereitet sein. Ich habe noch die Zeit erlebt, dass es um die Ausländerpädagogik ging. Die haben wir jetzt zum Glück hinter uns gelassen, aber so manches Denken ähnelt noch sehr dieser Zeit. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist, die Politik hat, glaube ich, eine ganze Menge dazugelernt. Und wenn wir heute so diskutieren, und Sie haben vielleicht den Eindruck, jetzt sind die sich alle aber ziemlich einig, natürlich streiten wir auch, aber wir sind uns, glaube ich, einig darin, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt, dass die Frage, wie geht es in der Zukunft weiter, und ich sage jetzt doch bewusst das Wort Integration, das heißt nämlich gleichberechtigte Chancen für alle, die hier leben, und keine Diskriminierung und keine Benachteiligung mehr, dass das ein gemeinsames Thema sein muss, und dass das auch nur gemeinsam gelöst wird in einem gesellschaftlichen Konsens. Streit ja, denn wir ringen ja um gute Lösungen, aber breiter gesellschaftlicher Konsens, der dieses bejaht. Wir haben gestern im Deutschen Bundestag gehabt eine Debatte zu 50 Jahren Anwerbeabkommen. Ich war sehr froh, dass der Deutsche Bundestag das Thema auf die Agenda gesetzt hat. Aber es tat mir weh, dass es abends um 18.30 Uhr stattfand. Ich hätte mir das sozusagen zur Kernzeit gern gewünscht, damit es wirklich in den Blick gerückt wird. Und Sie können sich vorstellen, dass zu dieser Zeit der Personenkreis der Abgeordneten, die anwesend waren, relativ überschaubar war. Trotzdem, es ist gut, dass es stattfand. Und damit komme ich zu dem Punkt, wie verhält sich die Regierung. Ich kenne keine anderen Regierungschefs oder Chefin, die die Türen des Regierungssitzes geöffnet hat. Die Integrationsgipfel sind Ausdruck dessen, dass die Menschen angekommen sind in unserem Land, dass sie dazugehören. Kennen Kollert, ich will ihn jetzt nicht als Kronzeugen sozusagen missbrauchen, denn er steht wie wenige andere so als Kämpfer für die Gruppe da. Aber er sprach damals von einem historischen Moment, der geschehen ist, als Angela Merkel zum ersten Integrationsgipfel eingeladen hat. Und sie hat nie mehr diese Flughöhe verlassen. Wir haben eine Veranstaltung gehabt, Deutschland dankt den Gastarbeitern, lange bevor wir jetzt über 50 Jahre Anwerbeabkommen sprechen. Und ich wünsche mir, dass das in allen Orten in Deutschland so geschieht. Und damit komme ich zu dem letzten Punkt. Ich glaube, wir dürfen nicht nur glauben, die Politik kann alles richten. Wir können eine Menge an Rahmenbedingungen schaffen. Wir haben jetzt das Gesetz gemacht zur Anerkennung von dem Ausland erworbenen Abschlüssen. Es war eines der schwierigsten Gesetzesvorhaben, nicht wegen dem Gedanken, sondern weil das deutsche Recht so kompliziert ist. Ich habe immer von dem Dschungel gesprochen. Ich glaube, dass sich damit auch viel mehr verbindet als nur die bloße Anerkennung von beruflichen Qualifikationen, sondern es ist die Anerkennung von Lebensleistungen, Herr Fuchs, von der Sie am Anfang gesprochen haben. Das ist der eigentliche, die eigentliche Botschaft dieses Gesetzes, den Menschen zu sagen, ihr seid etwas wert, wir schätzen das wert, was ihr mitbringt, was ihr darstellt. Das ist die Kernbotschaft dieses Gesetzes. Aber wir brauchen vor Ort in den Gemeinden, in den Verbänden, in den Organisationen dieses Aufeinander hören und dieses Besser kennenlernen. Und die junge Frau, die als erstes sprach, ich muss Ihnen sagen, Sie haben in meinen Augen genau den Punkt betroffen, wenn wir zusammenleben und Zusammenhalt haben, dann muss der Kontakt untereinander intensiver werden, dann muss der Austausch intensiver werden und ich muss die Geschichten kennen und ich muss die unterschiedlichen Gefühle auch kennenlernen und verstehen lernen. Und deshalb, glaube ich, sollten wir eine ganze Menge weiter anschieben, die Stiftungen, die Politik, aber gerade diejenigen, die vor Ort Verantwortung tragen, damit dieser Austausch gelingt und das Wir-Gefühl damit steigt. Und deshalb lassen Sie uns diese 50 Jahre, die wir jetzt feiern, das sind eine ganze Menge von Feiern, die wir jetzt vor uns haben, dass dieses nicht abreißt, sondern dass das als Botschaft in unsere Gesellschaft hineingetragen wird. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich will zum Schluss nur noch sagen, dass ich eigentlich zuversichtlicher aus dieser Diskussion rausgehe, als ich in sie reingegangen bin. Was mir auffällt, und ich bin jetzt auch viele Jahre immer wieder in diesen Debatten und Arbeitszusammenhängen und Gesprächskreisen, ich fand es relativ entkrampft im Vergleich zu vielen früheren Jahren, wo die Debatten sehr viel stärker entweder von Angst geprägt waren, dass man etwas politisch Inkorrektes sagt, oder von einem sehr starken gegenseitigen Rechtfertigungsdruck. Migranten müssen sich rechtfertigen für das, was sie sind und wie sie sind und die Deutschen, Mehrheitsdeutschen und die Politik, muss ich sagen, ich fand das ziemlich befreiend, dass wir einen Schritt darüber rausgegangen sind, dass nicht nur über die Geschichte noch ziemlich unverkrampft geredet werden kann, sondern dass es sich auch so etwas herauskristallisiert wie eine gemeinsame Perspektive, wohin die Reise gehen muss. Und das sind ja die fundamentalen Einsichten, dass die Bundesrepublik wie ganz Europa überhaupt nur eine Chance hat, wenn wir das tatsächlich schaffen, uns zu multikulturellen Einwanderungsgesellschaften zu entwickeln. Und dafür waren diese 50 Jahre vielleicht eine etwas lange und manchmal auch bittere Lehrzeit, aber ich hoffe, dass wir unsere Lektionen daraus ziehen. Vielen Dank. Sie sind jetzt in die Mittagspause entlassen und in einer Stunde geht es dann hier mit einer Lesung weiter. Dankeschön. Applaus Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.